Moin Moin Leute, hier ist der Tim und ihr seht es schon, wir machen weiter mit Amnesia. Ist jetzt ja doch schon ein bisschen her, dass ich das letzte Video gemacht habe, beziehungsweise das erste Video. Und deswegen würde ich sagen, fackeln wir jetzt gar nicht lange, sondern spielen einfach weiter. Es ist ja noch nicht so wirklich viel passiert, war ja eher so noch intro-mäßig die Sache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das jetzt doch mal verändern könnte. Ich habe auch mein Zimmer wieder komplett abgedunkelt. Rolo ist schon runter, Außenschalousie. Und draußen ist es sowieso schon dunkel. Von daher macht das eh kaum Unterschied. Wird ja mittlerweile schon ziemlich früh dunkel draußen. So, und da sind wir auch schon. Okay. Okay, okay, okay. Ja, mein Geisteszustand wird immer verschlechter. Das habe ich schon mitbekommen. Okay. Schauen, ob wir hier irgendwas finden können. Das war mein Geisteszustand. Alter. Scheint wirklich sehr schlecht zu sein im Moment. Das ist extrem verschwommen. Okay, aber sonst weiter ist sie, glaube ich, nichts. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn ich ans Ende dieser rosanen Spur komme. Okay. Ich glaube, das ist das Ende. Alter. Okay, da geht es doch noch weiter. Was ist das? Eine Laterne, das ist doch schön. Äh, dann mit F oder... Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Scheiße, dass meine Tastatur... Ah, keine Tastenbeleuchtung hat. Gut. Schon mal eine Lampe. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Aber sieht so aus, als bräuchte ich die hier jetzt auch. Wie war das? Mit F kann ich die ein- und ausschalten. Genau. Okay. Oh, nee, ey. Was ist das? Muss hier mal gucken, ob man hier nicht vielleicht irgendwas übersieht. Was man gebrauchen könnte. Okay, noch eine Zünderbox hier. Okay, es sieht aus, als würde die jetzt hier enden. Oh. Okay. Ach so, ich soll zu dem... Ah, okay. Das war jetzt so ein bisschen automatisiert. Das war jetzt. Okay. 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 Alles klar. Oh, Öl aufgenommen, okay. Ansonsten... ...liegt jetzt nicht mehr so wirklich viel. Alles klar, okay. Jetzt hat man wenigstens schon mal ein bisschen besseren Einblick in die Story bekommen. Und meine Laterne ist jetzt ausgegangen. Jetzt muss ich... Oh, ich sehe einfach nichts auf der Tastatur. Ich mache jetzt mal ein ganz bisschen Licht hier an. Ganz leicht nur auf meiner Schreibtischlampe. Weil ich wenigstens meine Tasten lesen kann. Nee, das war falsch. Wo war denn mein Inventar? Tabulator. Jawohl. Ah, Doppelklick. Jo, okay. Ich werde das jetzt mal versuchen nicht zu verschwenden und laufe jetzt erstmal ohne die Laterne rum, solange es noch einigermaßen hell ist. Okay. Okay. Muss ich mal gucken, wo ich denn jetzt lang muss. Also von da bin ich gekommen. Also hier geht es ja schon mal nicht wirklich weiter, wie es aussieht. Nee. Gut, dann gehen wir mal den Weg zurück. Ja, aber hier habe ich... Ist das eine Truhe? Nee, nur einen Kasten. Mhm. Okay. Alles klar, da komme ich schon mal nicht durch. Das heißt, ich muss schon mal irgendwo hier hinten weiterkommen. Muss ich denn irgendwas übersehen? Hier rein. Verarschen. Wenn ich jetzt irgendwie... ...bescheuert. Hier rein. Da oben kommt... Okay, aber da komme ich nicht wirklich hoch. So wie es aussieht. Gut, dann versuchen wir es nochmal hier hinten. Kann man aber auch nicht aufmachen. Hmm. Kann man aber auch nicht aufmachen. Ich habe auf jeden Fall schon mal ziemlich viel Blut. Das ist auch interessant. Aber eine Tür ist da auch nicht hinter oder sowas. Ja, den kann ich ja auch nicht bewegen. Ich habe hier noch was. Hä, wo geht es denn weiter jetzt ohne Witz? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist ja auch schon mal ganz klasse. Dass ich jetzt hier direkt zu Anfang schon nicht weiterkomme. Ja, super. Ist aber auch nicht... ...wo hier noch irgendwas sein könnte, wo ich was machen kann. Also, ich denke mal, dass ich eigentlich... Was ist jetzt hier nicht, ne? Dass ich eigentlich... ...hier vorne hoch muss. Aber wie? Das bringt mich auch nicht gerade weiter, als ich jetzt unter die Decke hocke. Warte mal, habe ich noch irgendwas in meinem Inventar? Ja, nur die Laterne. Journal. Zünderboxen. Ah. Die kann man aufmachen. Ja, toll. Und hier hinten war auch nichts mehr, ne? Hier war auch nur eine Steinwand. Also, ich bin echt... ...ratlos jetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr. Aber hier gibt es ja auch nichts mehr. So, das kann auch schon mal nicht sein. Und wenn ich jetzt weiter zurückgehe... ...komme ich nur wieder an diese Tür. Und da kann ich nicht mehr durch. Ja. Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal wieder Schluss. Tut mir auch leid, wenn ich zu blöd dafür bin. Ähm... Aber ja. Wir sehen uns an der nächsten Episode. Und haut rein. Bis dann. Wir sehen uns an. ... ... ...